... Musik ... ... Musik ... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... Oh, der Hammer kann sich doch die ganze Zeit unsichtbar machen. He he he. Hey, wir beleben den hin wieder. Jo, den muss ich doch wohl mitnehmen. Hey, mein Scheiß. Das ist noch. Wo sind wir denn? Leute, ihr rennt schon weg, da bin ich noch nicht mal verantwortlich. Ach so, entschuldige. Äh, wo müssen wir denn hin hier? Ach, wir müssen wieder diese Scheiß daten, Gott. Ja, ja. Genau wie früher. St-AG ist rutschen. Oh, hier gibt's ein Bild, das ist schön. Da brauchen wir mal zu rutschen auch noch. E ist Nahkampf gewesen, genau. Die kannst du dir ja umlegen, aber... Sozusagen springen. Logischerweise. Wenn du St-AG drückst, und dann springen, dann macht das so einen komischen, lustigen Spruch. Und so. Fiu. Fiu. Genau. Schön, dass du gleich alle kalt machst vorher. Ja. Ja, ich will die Waffen mal gegen die Corpus ausprobieren. Aber die kann natürlich gar nix gegen die Corpus. Echt? Ja, das rische Scheiß. Ja, weil die keinen Impact Damage hat. Nicht keinen. Schade die Geschichte. Ja, warte, dann müssen wir halt mal den Alarm auslösen. Warum kann ich das noch mal aufnehmen jetzt? Ach, ich muss irgend so ein komisches Ding bei der Mission hier mitnehmen. Jetzt müssen wir so eine Datenkonsole stecken, damit wir... Damit wir hier die Mission halt abnehmen können. Location reached. Buh. Ja. Warte, das ist die IP, der geht. Ihr ist ein Sergeant, der. Wenn ich mich da was, dann... Ja, ich bin jetzt einfach. Warte, ich bin jetzt zuerst. Warte, ich bin jetzt nicht zuerst. Warte, diese scheiß Krone ist hier, das ist eine Scheiße. Warte, du bist doch. Warte, warte, warte. Warte, warte. Und da können wir das B-2. Wuh-oh. Das ist ein B-2, das ist der B-2. Das ist ein B-2. Wo ist er die? Was tut du, oder? Ich kann's mit dich jetzt. Warte. Ich suche die Schütze. Äh... Ich schätze die Schütze los. Die Schütze die Schütze, denen weres. Was ist die Schütze? Ich kann euch nicht mehr von den Schütze loslegen. Ja, ich muss die Schütze loslegen. Area completed. Move on. I see it again. I see it again. Kevin comes in mid. Hier ist ein Terminal. Get me in, und get ready to defend. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die Lange zu tun ist, aber gar nicht geht. Weil hier kein Alarm rausgeht. Das scheiß Mausrad von der Maus, das geht mir so ein bisschen ab. Mein Mausrad ist kaputt. Und da gibt es immer... Ähm... Letztendlich wollte ich nicht weiter scrollen, wie was. Ach. Still working on it. Continue to defend. Hold on. Hold on. Marично das. Ich Junge. Das ist okay. Prize. Das war's für uns, Tenno. Aber wir haben es geschafft. Mission complete. Das war's für uns. Wir können es kommen zu einem Exit Point. Wo ist das denn? Was? Mich hat die Lust hochgepustet. Ich bin gleich wieder aus dem Luft geflogen. Wenn du da rauskommst. Nein, nein, nein. Das war's für uns. Wer ist denn? Das war's für uns. Das war's für uns. Das war's für uns. Ein anderes Job, gut gestoppt. Ach so, ja. Du musst dich mal noch einem Syndikat anschließen. Und im Übrigen funktioniert das Mod-System mittlerweile ein kleines bisschen anders. Du fusionierst die Mod-Karten nicht mehr untereinander, sondern die, die du über hast kannst du verkaufen. und du brauchst credits und endo um irgendwelche aufzuleveln also du brauchst nicht noch eine zweite eine zweite karte damit es höher machen kannst sondern es reicht eine ich habe bloß auch noch immer drauf und meine dex führers sind wieder auf level maximal über stück ich habe gerade begleiter angeguckt die ich habe ich habe einmal die def und die def machine gun ja das maschinengewehr def maschinengewehr ja das war früher es war früher die fahrter band zu kommen so haben wir jetzt noch stelle das kroma signal her ach so jetzt muss ich herstellen ach so und wo stellst du es her genau meiner schmiede praktisch wo ist es jetzt ja das haben wir schön beschissen angelegt damals aber ist okay ich wollte schon mal ein paar größere räume wieder wegreisen aber 30.000 nano sporen hast du habe ich ja ich habe genau eine menschen mission gemacht wo ich die kriegen kann ja der kevin dürfte da durch die früheren missionen sachen haben die du noch nicht haben kannst da wir damals das schöne stücke weiter gespielt haben wort ist das system war damals ein bisschen anders und da haben wir relativ viele ressourcen schon gekriegt die man jetzt eigentlich mit dem spielfortschritt die man jetzt in mir jetzt haben konnte man kriegen könnte zum beispiel ja zum beispiel ist schweineteuer ja damals du brauchst du brauchst die nanospur die nanospur und kriegst aus der turm und da bin ich vor zwei tagen angekommen er ist nach hohen spielstunden wo sehe ich denn wie viel ich davon habe inventar drück mal escape dann equipment also hier ausrüstung dann bei inventar und du kannst du glaub ich übrigens dein meisterrang auf den ach ne jetzt soll man zu der maschine zurückgehen hier suche das frack erneut alle gruppenmitglieder müssen synthese scanner in ihrem loadout haben um die mission spielen zu können teufel 91 erfüllt diese voraussetzung derzeit nicht also großes kino habe ich 1208 so was brauche ich ich habe mich die nähe du brauchst du einen komischen scanner hast du die mission starten kevin hat auch noch keine arschwingen einen arschflügel guck mal in der stammkarte also guck mal hier gibt es 100 endo und 8000 dings gefangennahme corpus 18 bis 23 in der alarmierung ja guck mal beiden wenn du den stammkarte gehst ganz oben links ist bei den quests welch kannst du da schon stoppen also im bildschirm oben rechts und da das linke ist das symbol das mit diesen komischen punkt und diesen ja genau ausstehen und einmal aber und als dann dann mach mal bitte den ohr schwingen klickst nochmal drauf wenn oben aktiv ist dann geht es dahin wo du wo du den machen würdest solltest nicht das fenster geht zu nicht auf den questern auf das aktive quest oder bist du jetzt bis in der stammkarte wenn du da auf den aktiven quest nix geht es fenster zu was steht denn da dort was du machen sollst ist ich bestimmt ausbauen ich Wo müssen wir gleich den Arschwingen bauen? Schmiede. Was ist denn der Schmiede? Wir müssen die Quest bauen. Ich habe jetzt herausgefunden, wie man dieses Fieldtron macht, Lukas. Ja. Ich habe da eine Blaupause. Ja, ich habe es auch erforscht. Und jetzt musst du... Du brauchst für jedes Mal Fieldtron, brauchst du eine Blaupause. Ich brauche zehn Blaupausen für... Äh, zehnmal Fieldtron für den Helios Gust hier. Für diesen Verweiterer Dings da müssen wir hier. Ich brauche mal Wächter. Ich brauche Wächter. Ach so, ja, ja. Jetzt baue ich halt mal noch ein Fieldtron. So, was stimmt für Orokin Archive zurück? Wer war das jetzt? Du, hole die Orokin Archive zurück. Wenus. Ach so, das... Ja, nicht dann los. Dann machen wir das mal. Warte? Warte, gibt es nicht. Jetzt geht es los hier. Warte, ist alle. Die Spermien hier. Die Spermien hier. Das sind schon drei, ja. Das ist ein Void, ja? Da müssen wir mal gucken, ob wir diesen mal wieder so einen schönen Raum finden, Lucas. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wo ist er denn jetzt in der Falle? Immer den gelben Punkt. Da ist noch Micha, der jetzt zu sehen. Na wenn ich nicht. Du bist nicht. Was ist eigentlich? Was ist eigentlich? Ich geh dem gelben Punkt hinterher. Ah, hier hab ich was gesammelt. Wollte was sammeln. Ach so, das ist wieder so ein kümles Ding. Ich glaub nur wenn die... Ja, nur wenn sie anbauen. Die sind jetzt ja gut an der Wand gespritzt. Oder... ... ... ... Ich weiß nicht, ob ich mich schon mal aufrufen kann. Ja, ich bin da. Ja, wo kommt der Mordkant? Ja. Ja, Point Blank. Ich weiß noch nicht, was er schuld kann. Hell yeah. Nein, wir schon. Du bist glaube ich weiter. Wir haben ja ein Bild geguckt. Wir hatten ja ein Bild geguckt, ob wir irgendwo noch was Schönes damit haben. Noch was Schönes gibt. Der Wald ist eigentlich ziemlich da ein Schart, wo ich jeden in den Raum rechte. Alter, was ist denn das? Müssen wir den scannen? Wende. Boah, Alter, korrumpierter. So nö. Aber wir müssten ja... Weiß ich es denn nicht, ne. Ist das hier ein? Schwer entflammbar. Feuerwiderstand. Neuer Warm. Also hier ist ein neuer Mod. Ach so, ne. Was, wo ist denn? Hier bei mir. Wir müssen mal zu mir kommen. Wir müssen mal zu mir kommen. Wir haben so ein Orokin-Catch. You found the Orokin Archive. You are one step closer to unleashing the Arquing. Ah, das ist nicht. Das ist nicht. Sehen nicht? Kommt mal her. Ja. Du hast doch das Ding jetzt gerade eingesammelt. Wer ist denn du? Äh, Lukas. Habt ihr das nicht so gekriegt automatisch? Ja, ja. Ach so. Oh Gott. Da müssen wir mal gucken. Da gibt es doch so drei Spezialbehälter. Sponsiert vielleicht manche Mission. Ich weiß trotzdem, ob der irgendwo irgendwo ist. Ich weiß trotzdem, ob der irgendwo irgendwo ist. Aber lang. Ich weiß es nicht so gut. 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 Aber was ist das denn? Wir haben das Bussetzung. Wir haben hier was Gutes. Wir haben hier wieder. Ich weiß es nicht so gut. die Tische die Tische die Tische die Tische ja ich falle runter und vorsteh runter warten da auf die kind das ist ja crazy erfährt der aufzug fährt runter aber unten geht die tür nicht auf ich kann nicht mal hochfahren aufzug aktivieren funktioniert ist es manchmal so eine komische golden verschnallt durch die tür dann kann es sein dass du die drachenschlüssel brauchst hier dort bin ich nicht bei mir ist es halt wie gesagt äh den aufzug nicht mehr aktivieren können wir rauf fahren scheiße ich komme ja nicht weg kann auch nicht an der wand hoch krass jetzt ging grad die tür auf da ist eine uro king drohne reingeflogen ich mache nichts mit mir du bist jetzt ist sie kaputt du scheiß tür jetzt geh doch mal auf da äh kannst du kannst du zurücklaufen und den aufzug nach oben rufen wieder mit irgendeinem von euch beiden da war ich stehe unten in dem aufzug und kann nirgendwo hin ich weiß nicht mal wo ihr hingerannt seid ich weiß nicht mal wo ihr hingerannt seid ich weiß nicht mal wo ihr hingerannt seid ich hab vorhin eigentlich einen schönen dann kommt man herzlichen reingeflogen ja jetzt fährt er hoch jetzt lehne aber alle das ist immer alle da löst deine vorne mal runter ich falle irgendwo probier wenn es jetzt bei dir geht ey das ist der extraction kannst du wieder hochfahren ich mache der aufzug mag ich dich immer mal zum Kevin mal gucken wo dahin ist oder hat ein Eier-Tand-Bah hat ein Eier-Tand-Stand gefunden oh ich habe einen neuen Mod gefunden Todeskampfschluss oder wie auch immer was? da hast du Arscher was liegt denn hier eigentlich? ich habe keine Ahnung ja was ist denn das? ich habe einen Eier-Tand-Stand ich habe einen Eier-Tand-Stand ein Eier-Tand-Stand ein Eier-Tand-Stand das ist so- man hat ein Eier-Tand-Stand es ist so- man das ist weg dass sie die Eier-Tand-Stand ein Maße es ist weg wenn sie die Eier-Tand-Stand Du bist doch move first. Ja. Du meinst nicht. Das muss ich noch mal machen. Kommt hier noch mal aus Bordau raus, die bleiben in der Schleppe. Wir sind nicht. Wir haben einen Moment durch den Schlepp. was geht noch wurde ja wer auch raus Ich weiß nicht, dass ich nicht verstehe. das ist ja nicht mit lukas keine hilfe aber ich ja genau wir müssen doch eigene orokin lager finden wie finden wir das gar nicht durchsuchen objektiv complete kei in torsion beam device are out of commission the enemy will not be returning anytime soon good work you collapsed the portal extraction is now ready ja Das war's für heute. Das war's für heute. Warst du hier an dem Innenraum schon? Oh, ja, ja, war's schon hin. Ach so, das ist jetzt mein Statt, aber schade. Schade. Scheiße, war bei euch. Schade. 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 die die johann auf den aufzug rufen hallo aufzug fährst du mich jetzt nur unter 8 das sind die Tür aufgeht diesmal was er hat also hat er bestimmt alles durch das ist ein komisches hauszeichen das dreieck habt ihr das nicht auf der map ist bei mir wenn ich genau hier hinter zuguck das ist ein dreieckisches ding vielleicht kann ich das für vor schnitt stehen rücklein die 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 die